Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Kollege Volgert hat ja schon auf Nachflug und so weiter Bezug genommen. Ich habe schon dem Sozialministerium gekündigt, ich werde beginnen hier, das hat sich so ergeben, mit einer Erinnerung an Regine Hildebrandt. Die hat auch was zu Bienen gesagt, Regine Hildebrandt, ein echtes Erlebnis, muss ich sagen, im positiven Sinne, war immer sehr ungeduldig. Und sie hat mal gesagt, als ja irgendetwas zu langsam ging, es ist ja schön, dass die Bienen so fleißig herumfliegen, aber jetzt ist mal genug, ich will endlich Honig sehen. Und von daher, das trifft dann auch wiederum auch auf den Flughafen zu. Und da würde ich mal sagen, Honig haben Sie ja schon verschickt zur nicht stattgefundenen Eröffnung. Aber jetzt wollen wir endlich mal wirklich Honig sehen, dass sich da etwas bewegt, nämlich in der Luft. Das sollen dann auch die Bienen gerne sein, aber am liebsten dann schon die Flugzeuge. Meine Damen, jetzt zum eigentlichen Thema wieder zurück. Meine Vorredner haben bereits auf den hohen ökologischen Nutzen der Bienen hingewiesen. Die Bienen sorgen nicht nur für Vielfalt in der Natur, sondern im Grunde genommen auch auf unserem Teller. Mit ihrer Emsigkeit verhelfen sie zur Ausbildung der Frucht und sichern damit das Nahrungsangebot sowohl für zahlreiche Tier- und Vogelarten, aber auch für uns Menschen. Von der Bestäubung durch die Honigbiene hängen wichtige landwirtschaftliche Erträge ab. Selbst wenn einige unserer Kulturpflanzen, wie zum Beispiel der Raps, an und für sich Autogam, also selbst fruchtbar sind, wächst durch die Bienen Fremdbestäubung der wirtschaftliche Ertrag sehr wesentlich. Die Rapsschoten werden dadurch nicht nur um 20 Prozent länger, sondern sie sind auch Körner und damit ertragsreicher. Meine Fraktion begrüßt den Antrag der Grünen grundsätzlich und stimmt der beantragten Überweisung auch gerne zu. In einem Fachgespräch im Fachausschuss sollten wir noch einmal einige Punkte klären. Zum Beispiel stellt sich die Frage, mit welchen konkreten Maßnahmen das Land weiter unterstützen kann, und zwar zusätzlich zu den Fördermöglichkeiten, die es bereits heute gibt. Die Grünen schlagen für die nächste Förderperiode unter anderem vor, pro Bienenvolk und ja, eine Summe von 200 Euro in der zweiten Säule vorzusehen. Die Imkerei in Brandenburg, wie im Übrigen auch in Deutschland, wird ja überwiegend durch Freizeitimker getragen. Auch wenn die Dimension nicht vergleichbar ist mit der von 1989, stieg in Brandenburg die Zahl der Imker zwischen 2002 und 2009. Gleiches trifft für die Anzahl der Bienenvölker zu. Ihr Vorschlag und der Vorschlag von der Kollegin Nils würde das Land schnell 7 Millionen Euro im Jahr kosten, wenn man dies so übernehmen würde. Um mehr Menschen in Brandenburg für die Imkerei zu begeistern, ist es, glaube ich, sinnvoller, Neuimker bei der Erstausstattung zu unterstützen. Die Grundausstattung für einen Hobbyimker schlägt immerhin mit rund 2.000 bis 2.500 Euro zu Buche. Das unterstützt zwar mit Lottomitteln, aber von Verlässlichkeit kann keine Rede sein. Denn 2010 hat Frau Ministerin Tack dem Landsverband der Brandenburgischen Imker eben keine Lottomittel mehr zur Verfügung stellen können. Einige Landkreise handeln hier viel vorausschauender, wie zum Beispiel wieder einmal der LBL-Zer-Landkreis. Ähnlich wie beim Medizinstipendium stellt der Landkreis Gelder für Neuimker bereit, zum Beispiel für die Neuanschaffung von Bienenvölkern. Maßgeblich an der Erarbeitung dieser Richtlinie im LBL-Zer-Kreis war meine Kollegin Anja Heinrich. Für meine Fraktion ist eine Überweisung aber auch aus einem anderen Grund notwendig. Dies betrifft konkret Punkt 5 des Antrags. Danach soll sich das Land auf Bundes- und EU-Ebene dafür einsetzen, dass bienenschädliche Pflanzenschutzmittel vollständig verboten werden. Ein Totalverbot von Saatgutbeizmitteln, wie von den Grünen gefordert, macht überhaupt keinen Sinn, weil in der Folge zur Bekämpfung von Schädlingen weitere Spritzanwendungen nötig wären, die in der konventionellen Landwirtschaft, und dazu gehört in Brandenburg einmal der Großteil unserer Landwirtschaft, unter Beachtung des strengen Fachrechts und unter Einhaltung der Cost-Compliance-Vorschriften Maßfall zum Einsatz kommen. Die Kollegin Nils weiß, dass drei der von ihr im Antrag aufgeführten Pflanzenschutz- bzw. Beizmittel ab dem 1. Dezember 2013 zunächst für zwei Jahre und europaweit einheitlich in zahlreichen Kulturen unter Raps, Mais und Sonnenblumen nicht mehr angewendet werden dürfen. Bei diesen drei verbotenen Beizmitteln handelt es sich genau um die Substanzen, die von der europäischen Lebensmittelbehörde als gefährlich für Bienen eingestuft wurden. Im Übrigen gelten in Deutschland seit 2009 strengere Vorgaben beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln aus der Gruppe der Neonicotinoide. Bei uns wurde bereits seit diesem Zeitpunkt die Zulassung dieser Beizmittel- und Saatgutanwendung bei Mais und Wintergetreide ausgesetzt und die Einfuhr, das in Verkehr bringen und die Aussaat solcher Saatguts verboten. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wir werden dem Antrag der Grünen gerne zustimmen, aber wir schließen uns dem Antrag der Koalition, der sehr ausgewogen ist, an und werden dem unsere Zustimmung erteilen. Dankeschön. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020